Es gefällt ihm nicht. Ah, da kommen wir hier. Ja, mal bitte. Merkblatt zur psychopathologischen akuten Belastungsreaktion. Sie kommen klar? So, lala. Wenn Sie Dinge sehen, geben Sie Bescheid. Eine psychopathologische akute Belastungsreaktion ist keine Schande. Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten, um Hilfe von einem Merkblatt-Erfolgsberater zu erhalten. Unbedingt. Da die alle hier so kompetent sind in dem Laden. Ja, ich würde gerne mit jemandem sprechen. Ja, bin ich bereit. So, wie schaut's mit ihm aus? Wer sehr hell, ach wie? Ekelhaft. Du hast Schokolade? Ja, ich brauche Schokolade. Ach, kamst du da her? Ne, ne. Ich kam von... dort. Ja, darf ich übergeben, darf ich? Dann durch die Ritz wieder. Das ich übergeben, ne? Ja, 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 kann ich auch verstehen. Was? Und diese Spalten sind immer sehr gefährlich, weil es nur in eine Richtung geht. es geklopft jedes mal hey muss das denn sein war mir fast klar es war kaum offensichtlich so schilder das sind schilder das haben schildern da waren zwei es ist kein wasser im system ja wohl rohr und ventile wie habe ich sie vermisst ich sehe ich mich im Arsch es ist kein welchen gingen in der Welt dampf eventuelle es ist sehr wichtig macht können wir uns als ein Fahrrad und nicht das Herz meistern ist man müssen irgendwo und das war die Aktion aber es ist auch was das Monat auch Gott ich bleibe ich die Paris auch keine wasser mit Dreckswasser Ahm, toll. Warum man hier immer diese sanitären Anlagen hier angehen muss. Schau mal, was auf dem Schild dann steht. Laundry, okay. Schau mal auf dem Schild. Welches Schild? Läscherei, Cafeteria, Bäder, jawohl. Wohin müssen wir? Rechts, rechts, rechts. Geht doch noch rechts. Oh, 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 oh. In den Schrank, in den Schrank, in den Schrank. Geh doch da rein, du. Der Dicke schon wieder. Leroy, habe ich nicht getötet? Wir haben, wir haben, wir haben schon getötet. Das ist so, ich habe gar keine Lust zu haben. Nein, ich habe keine Lust auf den. Super, laufend drücken wir uns. Warum findet ihr das eigentlich? Ja, ich bin. Der macht so, ich bin. Komm, mach klar. Scheiße. Das ist echt mehr, also immer das Gleiche. Ich finde es ganz nervt. Ja, ja. Das war mal, Mama hier, ne? Was? Hier wieder mal. Beruhigen. Da ist nervt. Ich weiß schon, dass es nervt. Aber ich habe sie gewusst, was man hat. Wir haben ja erfahren vorher. Wir sind, dass es sehr nervig wird, aber wir glauben, wir müssen einschalten. Dann müssen wir jetzt durch. Ich fand die Rästle am Nisha fand ich auch beschissen. Aber es waren wirklich verschiedene Rästle. Da ist immer das Gleiche. Den einen haben wir jetzt getötet, ja? Der hat mich jetzt noch nicht gesehen. Also, ich muss mich erwarten, bis der vorbei ist. Ich sehe doch niemals, wann der vorbei ist. Sowieso. Hör ich ihn, hörn wir ihn. Sie könnten langsam das Wasser vom Heißbach eröffnen. Ich bin nämlich hier bald auf dem Trocknen. Ich bin hier noch. Ich habe noch genug. Aber für mich startet ich. Okay, ich gehe mal raus, ne? Für dich gibt es hier nichts. Für dich gibt es hier nichts. Die Tür geht natürlich nicht zu. Oh Gott. Der wollte es frei. Ohohoho. Schnell durch. Fuck, das ist ein Katzenmausspiel wieder. Oh, scheiße. Der hat eine gute Arbeit geleistet, ne? Ganze Arbeit geleistet. Nimm, 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 nimm. Mit zu lange an einer Stelle. Shit, ja, ich weiß schon, aber ich muss... Ich habe das alles sehr komplex. Oh, nein! Oh, ein Auflauf, auf, auf, auf. Ich muss schauen, das habe ich ein bisschen überblickiert. Hier, bis hier durch die Ehre führen. Das ist klar, das ist klar, hier durchzumachen. Und dann, dass die Laune ist, die Wäscherei hier. Oh, so. Hier ist irgendwas gemeinsam, irgendwas zum... Oh, da ist er ja. Das ist es. Das ist alles. Da ist er eigentlich so, was kommt. Ich bin so richtig dabei. ich bin so ein Storgerer. Da ist es gelandert, sodass ich mich erwerb that you know, da gibt es deinen mano und so. Auch anrufen ist der Aktienverletz. Und dann eit when look what these are looking for you. Ich bin sicher. es wird sie sind kämpft gegen die Tür ist erblüht da muss ich ihn genau 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 hier links rum und immer schon sind die Reihen ein Ventilier das mit ihm okay weg hier und das Schrank das kommt gut nur speichern ich weiß nicht aus Speicher ist aus ich will auch aus dem Haus die Musik ist doch möchten sie aber natürlich aufgrund des Bildes so gut den Blick was 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 haben wir es getan eigentlich jetzt müssen wir zu den Dingen zurück und das war das ist von zwei Ventilier oder nicht mehr ich hab keine Ahnung sie so ständig ist er musste nicht geht nicht es geht nicht warum nicht was ich aber auf jeden Fall im Schrank einschneiden es geht nicht mehr hast du recht zweit der Hauptdruck dahinter er ist von zwei Metieren ich glaube doch ja aber natürlich das mit einer Hacker ist ja eigentlich Little Pig heißt er mit mir sind die dann sind sie für mich in den Weg erst holen er war ging hier rum und so scheiße und sich und schwindetig auch guter Schatten hat uns links oder um ein Mann an Nenner Frau Hopp für den Schrank die Reine und findet es im letzten Vormeinigung jetzt sind wir uns in dem Schrank hier so ist das ist gut m ich bin mal das Wasser der Satz der der Bachheit es wird etwas verkümmert er untersteht der Städter dazu war super super ich glaube ganz normal und zu mir und die Erwachsen das gut was wir können haben es drauf wir sind gut die Kinder haben das Haus ich darf es nicht immer liegt was Prozent die abwohlen jetzt ist die Frage wo ist der dreckst du es ist wichtig das da war ich da irgendwo ist der Schreie vielleicht gibt es das ist doch nur noch ein paar nichts mehr es muss aber ja super es ist nichts ich sehe nichts blinken wenn sie uns so bei der Falle Knopf Falle Knopf ich werde sterben auch an sich gar nichts mehr das war das ist super ja voll also wasser gefährlich wasser gefällig ich bitte darum die ist dieser dieser abzapfstufen ist auch sehr schön es machen das sehr professionell haben sie das gelernt was kann sie eigentlich beruflich dankeschön möchten sie nichts was möchten sie nichts ich bin noch am wasser das gute wasser vom Becker ist aber alle trinken ich habe übrigens guten Witz ja ja da dauert ein bisschen aber ich erzähle trotzdem was ist es sind sie sich nicht mehr dran das war Prozent der Anerkennung ist ein Papier die in der Nacht von ich ich bin mir schon zählt aber ich erzähle euch immer ich weiß kein Wunsch er wurde ein Vampir von der Polizei das ist sowas ist immer er kommt der mies hat ihn sagen das ist natürlich das schlucken auf eine andere strafe auf einer einsamen straßen auf jeden fall begegnen er auf der straße ein natürlich ganz ehrlich so ein scheiß die ganze zeit im spieler uns nicht nie gefunden jetzt bin er uns obwohl er uns gar nicht ja gelernt und schon gelernt ja wie jetzt ich mache das ist ein bisschen das auf das ist ein bisschen wie hier und unser Leben erhältlich ja wohl eben umgedreht rumplast das ist noch da auch da weiter und links und kann Batterie bei dem Wohnen Lacken nicht und was Mieter von Schuhen jetzt kommt er hin Bitte geh da hinten rein, erst. Natürlich, natürlich, natürlich. Natürlich. Versteck dich hinterm Handtuch. Ihr Witz, geht noch weiter? Sehr leicht. Nein, natürlich, aber der Weg ist frei. Der Weg ist frei und die Tür geht zu. Oh, da ist er. Hursa. Oh, lauf doch, ich kann nicht laufen, ich hänge. Ich hänge. Ich hänge hinter... der soll ich machen. So ein Buggy- Buggy Shit. Von... Sch announceichtig. Ja, hey, du fettes Schwein. Ven-P feathers, oder? Yep. Oh Gott, also in die Augen oder aus dem Haustagen, Ja Ma. iert, wenn Sie dich auch. Da. wieder ein was mit dir die Tücher mitgebracht mehr und gleich ganz großes Kunde gleich an hier sind nämlich eine eine schöne Bauchmassage ja ist schön ja ja da ist nur eine da kenne ich eine ordentliche Bauchmassage willst du eine diese magischen Hände könnten dir helfen ist irgendwas schon gut für mich sind es wird passieren früher später wird es passieren scheiße herzlichen Glückwunsch die sind aber auch alle gleich aus ganz Brüder hier als Inzest Brüder auf jeden Fall der Vampir ist hier ist der Strasse unterwegs und trifft auf einen Fahrradfahrer ja aber hier ist es hier ist es hier ist es kann man abspeichern schau mal unten rechts lag da irgendwas ne Farbe ich höre schon ein Laufen wieder erzähl mir nix ich höre schon wieder ein Laufen auf jeden Fall der Vampir trifft auf den Fahrradfahrer und saugt ihm das Blut aus ne ja dann denkt er sich wow geil fährt weiter ja warte kurz achso naja ok die Frames droppen leider etwas hart gerade ich muss mal kurz hier unterbrechen kaum merklich aber kaum merklich ja 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 wir unterbrechen hier kurz äh ciao ciao toll müssen wir mit später erzählen ja so wir sind wieder zurück was waren wir da ich weiß es ihr wollt mein Witz noch hören deswegen das hab ich gedacht sofort wieder zurück wir müssen jetzt zählen geht er noch lang der Witz ne gut ok was hat ganz ein bisschen was bis jetzt passiert ist hast du so zugehört ja äh der Vampir äh fuhr auf der Straße in seinem Auto entlang traf ein Fahrradfahrer hat ihn ausgesaugt ja und dann aufgrund dann ist er noch offen mit noch eingestoßen weil ich mache kurz eins zwei drei und dann ist auch noch ein Fahrrad und sagt das Blut aus ok später wird von der Polizei angehalten sagt sagt die Polizei na also es getrunken sagt er die Daten zwei Radler da das gut nicht schlecht die 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 trocken schon wieder hier hat die die Frames aber gut ist der Witzer durch zum Mist hat ne aber warum tropft es jetzt hier ich finde es nicht gut geht eben fette Action ab oh guck mal hier ja und jetzt läuft es so viel Spaß am Laufen ja ja ich rücke mich hier durch ich habe kein Problem mit wir müssen nur den Raum wiederfinden wo er ist natürlich falsch jetzt weiß ich wer mich hin muss ich muss hier entlang hier links und dann bin ich da sehr schön und es beruhigt sich hier wieder wie wir sehen so jetzt aber ja mann versteckt dich viele draußen Vater Martin oh Gott ja ja klar es muss wo es Feuer war oh Gott ist ja alles voll mit water so haben wir geschafft lauf 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 jetzt geht's raus äh äh wo ging es nie raus kein Plan oh Gott jetzt kann dieses Wasser jetzt sieht man alles noch mehr noch mehr noch viel behinder kann man sich nicht machen was ist denn hier los ne da bin ich falsch das war einer dieser Räume wo ich mich versteckt habe das kann man gleich den Pickel entgegen nein kann er nicht läuft ganz woanders hier 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 ja das ist er der Raum wo es gebrannt hat ja aber toll ist die Batterie leer hier jesu maria deine Rasse jetzt bestimmt aus du Arschloch ich werde dich umbringen so zur Küche müssen wir alle was zur Küche wenn wir raus wollen hat er gemeint hat er gemeint ja hast du zugehört ich habe voll nie aufgepasst so oh es klopft schon wieder oh ja ist ja gut ich habe ich möchte mal ein Steak bitte haben dann ist die Küche noch mal hier einander schreibt man in ihre schönste haa haa ich mache ich das ist ja stimmt es ist ja tatsächlich der ist ja gut rennt er weg ich finde aber diesen diesen Style von den Fingerfinchern geil hier ja cool du wix hast man Feuer ausgemacht ihr scheiß auf wir haben wir sind da wo wir sein wollen Cafeteria ja äh 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 ja Küche wo ist der Koch der Koch hat ja einiges verkackt würde ich sagen jesus mal ja ja haa das läuft oder wollte einer Haggis machen oder naaa ich dachte das wäre auszulesen ja gut haa 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 haa